Was sagen Sie zu Cristiano Ronaldos Aussage, dass Island eine schlechte Mentalität hat? Ich denke, das ist die Enttäuschung. Dann sprechen leider viele Trainer und Spieler über das gegnerische Team. Ich finde das unprofessionell. Wenn eine Mannschaft gewinnen will, dann muss sie eben besser sein. So einfach ist das. Ronaldo hat ihrer Mannschaft auch den Handschlag verweigert. Er war offensichtlich sehr frustriert. Ja, vermutlich. Mir ist es egal. Ich verstehe das. Wenn du enttäuscht bist, dann ist das Erste, was du tun willst, wahrscheinlich nicht zu den Leuten zu gehen und dich zu bedanken. Solange sich die Spiele auf dem Platz professionell verhalten, bin ich einigermaßen zufrieden. Einen Punkt vom großen Favoriten mitzunehmen, ist ein guter Start für uns. Aber es ist eine offene Gruppe und ich sage schon die ganze Zeit, dass Ungarn sich seit der Qualifikation sehr verbessert hat. Ich bin also nicht überrascht, obwohl ich gedacht habe, dass Österreich ein bisschen besser wäre. Aber es stimmt, diese Gruppe ist im Moment sehr offen.